Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer, Zuschauerinnen. Herzlich Willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute geht es um das Thema Helfen, respektive Unterstützen bei einem Pitch. Und da möchte ich gerne mit euch jetzt mal drauf eingehen. Neulich war ich wieder bei einem Online-Seminar angemeldet, da ich mich ja auch weiterbilden muss und für mich ist die Weiterbildung elementar wichtig. Wenn ich mich nicht weiterbilde, kann ich ja auch nicht anderen Menschen was Gutes tun. Und was ich da mitgenommen habe und was meine Learnings daraus waren, ist, wieso schreiben, respektive sagen, viele Selbstständige, Selbstständigen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Ich helfe dir bei XY für XY, respektive Schreiben oder Sagen das. Warum sagt ihr nicht oder schreibt nicht? Ich unterstütze euch bei XY für XY. Dieses Wort Helfen ist im Verkauf nicht fördernd. Es schadet euch. Im Gegenteil, das Wort Unterstützen. Gerade beim Pitchen, wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung, in einem Video, in einem Post, in einem Bild oder auch offline pitchen tust, kommt dieses Wort Helfen negativ belastet an. Weil, wenn du schon sagst, helfen, willst du kein Geld verdienen. Aber, wenn du es schreibst oder wenn du es sagst, ich unterstütze dich bei XY für XY, dann ist das wieder was ganz, ganz anderes und somit positiv belastet. Dieser, ich helfe, nochmal auf das Wort, ich helfe, drauf zurückzukommen, ist, ich mache es umsonst. Im Verkauf, wenn du sagst, ich helfe, machst du es umsonst. Aber, wenn du sagst, ich unterstütze dich, dann denkt der andere gegenüber, aha, er will auch sein Geld verdienen. Unternehmerisch gedacht, wenn der andere ein Unternehmer ist, denkt der, du willst Geld verdienen und du musst Geld verdienen oder du willst Geld verdienen mit deinem Gegenüber. Deshalb formuliert eure Sachen immer mit, ich unterstütze und nie, ich helfe. Es ist irgendwann da wichtig, dein Working anzupassen in einem Pitch. Wie du richtig deine Produkte, deine Dienstleistungen pitchen tust. Wie du sie authentisch, empathisch, korrekt online, respektive offline verkaufen tust. Das Lernst du bei mir, dafür habe ich jahrelang hart dafür geschuftet. Hartelang an mir, an Selstexperimente geübt. Um das Wissen in meinen Trainings dir weiterzugeben. In den Show Notes sind die Links. Du kannst jeden Link anklicken. Du bekommst sehr viele Merkmale und Nutzen von mir. Du wirst massive Umsätze haben. Du wirst massive Sichtbarkeit bekommen. Du wirst elementare neue Bewerber, Bewerberin bekommen. Und du wirst Erfolg haben. Wenn du bereit bist, was zu ändern in deinem Glaubenssatz, in deinem Mindset. Wenn du mehr wissen willst, schreib in den Kommentaren deine Fragen. Ich antworte auf jedes Kommentar. Hinterlass dem Video ein Like. Und abonniere endlich meinen Kanal. Und stelle die Glocke an. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dein Michael